Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr markiert, Maxim probiert und ich habe heute ein neues Produkt, was sehr, sehr neu in die Drogerie gezogen ist und was Potenzial hat, ein Favorit für 2022 oder der totale Fels zu werden. Und ich bin gespannt, um das mit euch heute herauszufinden und ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Es geht um den neuen L'Oreal Infallible 24 Hours Fresh Wear Matte Bronzer und wir werden heute schauen, ist das Produkt wirklich das, was es verspricht? Kann man das machen, was das Produkt verspricht? Und ich würde vorschlagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten auch direkt mit dem Video. Ich bin hier, ich bin da und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich in den letzten Wochen ziemlich oft gehypt war, wenn ihr mich auf Produkte markiert habt, unter anderem auf diesem Schätzchen und das ist der Infallible Bronzer. Und ich habe ein Video gesehen von Frau Beauty. Sie hat ein Spray in diesen Bronzer gesprüht und hat daraus einfach einen Cream Bronzer gemacht. Das ganze Thema Flüssigkeit in ein Pooler Produkt sprühen war vor etwa, naja, ich sage mal vor einem halben Jahr vielleicht, total gehypt auf TikTok. Und da haben viele Leute Setting Sprays, Fixing Sprays in die Bronzer gesprüht und Überraschung, haben die Bronzer damit kaputt gemacht. Und ich habe euch ein Video auf Instagram hochgeladen, wo ich das Produkt schon benutzt habe. Nun gut, es gab ein bisschen Drama in den Kommentaren, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, weil viele gedacht haben, ich habe einen Fixing Spray oder so eingesprüht. Und wir werden heute probieren, ob das wirklich so gut aussieht und ob es überhaupt einen Unterschied macht. Ich habe den Bronzer in zwei verschiedenen Farben und wir fangen direkt an. Bevor es losgeht, dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Foreo. Foreo, ihr wisst das, ich liebe meine Foreo-Tools und es gibt für mich etwas Neues, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr eine Unreinheit habt, bei mir ist es zumindest so, ich fühle mich dann immer direkt unwohl und ein bisschen gehemmt. Und ich weiß, es gibt wesentlich Schlimmeres als Pickel. Aber wenn es doch etwas gäbe, was deinen Pickel schnell und effizient wieder wegricht, dann glaube ich, wäre es doch mal ein Versuch wert. Und deswegen freue ich mich, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit Foreo wieder entsteht. Ich habe in den letzten Monaten tatsächlich schon ein Gerät getestet. Und das ist der Espada. Ihr wisst, ich bin seit Jahren ein großer Fan von den Foreo-Produkten. Ich habe meinen Luna, ich habe meinen Ufo und ich habe jetzt mittlerweile auch den Espada. Und dieses Ding ist Magie. Ihr seht hier ein Bild, wo ich vor ein paar Tagen einen dicken Pickel hatte. Und ich habe eine Kombination für euch, die wirklich Magie ist. Und zwar die BHA und PHA Blemish Solution und den Espada, der gezielten blauen Licht und T-Sonic Pulsation den Pickel bearbeitet. Und ich zeige euch ganz kurz, wie das geht. Ihr seht hier ganz leicht, ist noch ein kleines Fleckchen. Dann nehme ich einfach meine Blemish Solution, mache die ganz leicht hier rauf. Könnt ihr auch einfach so über Nacht aufmachen. Und dann nehme ich meinen Espada, aktiviere ihn einmal. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, wahrscheinlich nicht. Hier kommt jetzt ein ganz, ganz kleines rotes Kreuz. Ihr werdet es nicht sehen können. Und das setze ich auf den Pickel und auf die Unreinheit. Und der startet mit der T-Sonic Pulsation. Und ihr seht es. Das blaue Licht geht direkt auf den Pickel und sorgt dafür, dass die Bakterien minimiert werden. Und der Pickel extrem schnell verheilt. Der Espada nutzt die Kraft der laserfokussierten blauen Lichttherapie in Kombination mit T-Sonic und sorgt dafür, dass Aknebakterien minimiert werden. Und dass Pickelmale minimiert werden. Und in Kombination mit der Blemish Solution, ohne Witz, es ist unglaublich, wie schnell die Unreinheiten verschwinden. 30 Sekunden einfach auf die Stelle setzen und er startet direkt. Er scannt, er weiß genau, wo die Unreinheit ist. Und ihr findet innerhalb von ein paar Tagen nichts mehr. Die Blemish Solution funktioniert wirklich super. Der Pickel wird innerhalb von wenigen Tagen ausgetrocknet und verschwindet. Ihr habt keine Pickelmale. Und in Kombination mit dem Espada wirkt das Ganze natürlich nochmal doppelt fokussiert. Falls euch das Produkt interessiert, ihr wisst, ich liebe Beauty Tools. Diese Kombination ist unerlässlich, wenn ihr wirklich zu unreiner Haut neigt. Es geht super schnell. Raufsetzen, 30 Sekunden später und ein, zwei Tage später ist der Pickel weg. Ohne Witz, diese Kombination ist ein Game Changer, wenn ihr wirklich unreine Haut habt und Probleme habt mit Pickeln und Pickelmalbildung. Probiert das Ganze unbedingt aus. Große, große Empfehlung von mir. Ihr wisst, wie sehr ich auf Beauty Tools stehe und wie wichtig es ist, fürs Make-up eine gute Haut zu haben. Und dieser Pickel hier, der hat mir wirklich so ein bisschen das Selbstbewusstsein geraubt. Und nach zwei, drei Tagen war das Ganze weg. Und so sieht das Ganze nach der Anwendung aus. Schaut unbedingt einmal bei Parfum Dreams vorbei. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox. Größte Empfehlung von mir. Und ich würde vorschlagen, weiter geht's. Meine Haut sieht fantastisch aus. Seitdem ich mich wieder regelmäßig um meine Haut kümmere, ist das wirklich ein echt schönes Ergebnis. Und ich fühle mich super, super wohl. Der Bronzer kommt in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Farben und hat eine extrem gute Shade Range für einen Bronzer. Und das muss ich aber einmal sagen, es ist eine wirklich gute Shade Range für Bronzer. Ich finde, dass bei Bronzern immer gedacht wird, naja, alles was dunkler ist als eine bestimmte Hautfarbe, braucht keinen Bronzer. Ja, offensichtlich schon. Deswegen hat L'Oreal einige verschiedene Farben rausgebracht. Das Schätzchen kostet 12,95 Euro und soll eine leichte Deckkraft haben und für gebräunt aussehende Haut, die wie von der Sonne geküsst ist, wirken. Es soll bis zu 24 Stunden halten, ein frisches, mattes Finish erzeugen, kein Abfärben und hitzebeständig wasserresistent und schweißfest sein. Was mich jetzt so ein bisschen wundert ist, Ich habe in dem Video gesehen, dass der Bronzer extra dafür gemacht ist, dass er wasserfest sein soll und aber trotzdem in diese TikTok-Richtung gemacht werden soll. Deswegen probieren wir das Ganze mal aus. Wichtig ist, dass wir bei sowas kein Fixing Spray benutzen, sondern wirklich nur Wasser. Und ich sprühe jetzt einfach mal ein bisschen Wasser rein. Ach, verrückt. Das zieht recht schnell wieder ein. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Kamera erkennen könnt. Also der nimmt Tatsache, dass die Feuchtigkeit komplett wieder auf. Ihr seht es, dass die Struktur kommt wieder so ein bisschen durch. Verrückt. Vielleicht funktioniert es doch. Ich bin nämlich ehrlich mit euch. Ich habe in dem Video, hatte ich ein Fixing Spray benutzt und ich dachte mir, WTF ist das denn für ein Quatsch? Wir probieren es jetzt aber nochmal aus und vielleicht ist es ja doch etwas, was ziemlich gut funktioniert. Ich benutze jetzt hier einmal eine Foundation und mache mal ganz kurz meine Base und dann kommen wir zum Bronzer. Ich habe die Foundation heute auch etwas heller gewählt, weil ich Angst habe, dass wir durch die Feuchtigkeit eine andere Textur kriegen und das Ganze so ein bisschen vielleicht zu fleckig oder zu dunkel dann an denen stellen wird. Und um so ein bisschen Spielraum zu haben, ist jetzt mal meine Ausrede, ist die Foundation einfach ein paar nur aus Nähler, Freunde. Okay, Foundation ist drauf, sieht sehr, 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 sehr gut aus. Ich muss sagen, ich mag die eigentlich ganz gerne. Das ist die neue von Judith Williams. Sind wir bereit? Ich habe total Schiss, ne? Also, ich habe ihn in zwei verschiedenen Farben. Ich swatch ihn jetzt einmal kurz in Medium, weil der jetzt nicht nass ist. Er fühlt sich sehr, 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 sehr feucht an, muss man sagen. Also ganz, ganz cremig und er hat auch so ein mattes Finish, aber nicht so matt. Ich überlege gerade, um es so ein bisschen zu vergleichen. Von der Textur her ist der ähnlich wie die von Nabla, vom Feeling her. Ganz, 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 ganz weich. Also wirklich wahnsinnig spannend, die Textur. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, je nachdem, wie doll man ihn einarbeitet, wird er heller und ein bisschen dunkler. Also er hat einen recht hohen Feuchtigkeitsanteil mit drin. Fühlt sich so zumindest an. Wir probieren jetzt mal auf der einen Seite den Hack mit der Feuchtigkeit. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Wasser und nehme mir nur einen kleinen Pinsel und gehe hier ganz leicht rein. Ich will nicht zu fest pressen, ich will nicht zu fest das Produkt versiegeln, aber angeblich soll es dafür gemacht sein. Es hat halt nirgendwo mehr nur, also es stand halt nirgendwo mehr. Und ich tupfe mir das jetzt einfach mal hier hin und schaue. Sieht man schon was? Ich glaube, man sieht was. Aber sehr, 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 sehr zart. Hm. Hier ist Speckbacke. Hier ist ein ganz, ganz zarter Hauch. Also wirklich, die Deckkraft ist so ein bisschen minimiert worden, würde ich fast sagen. Ich arbeite es punktuell nochmal hier auf und jetzt seht ihr auch was. Und dann nehme ich einen sauberen Pinsel und blende das Ganze in kleinen kreisenden Bewegungen aus, um nicht zu viel neues Produkt mitzunehmen. Und somit sieht das... Oh, es ist schon spannend, weil ich finde, dadurch, dass ich ihn feucht benutzt habe, sieht es hier ein bisschen kühler aus und blendet sich dann warm aus. Ich will mal im Vergleich ganz leicht in den trockenen gehen und den einfach nur hierhin stempeln. Und da seht ihr sofort, die Deckkraft ist auf jeden Fall da. Ja, also... Hm? Ich verstehe es gerade gar nicht. Seht ihr den Unterschied? Hier sieht es aus, als hätte ich nur die Foundation an der Stelle ein bisschen dunkler gemacht und ein bisschen intensiviert, als wäre es ein natürlicherer Schatten. Hier sieht es aus wie ein Bronzer, aber die Textur auf der Haut ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also, das fühlt sich jetzt immer noch recht frisch an. Und ihr habt es gesehen, ich habe noch kein Puder benutzt. Huh. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen rüber. Der ist schon pigmentiert, ne? Die Frage ist, die ich mir jetzt stelle, ist der wirklich anders als ein anderer Bronzer? Weil ich habe jetzt nichts mehr davon gelesen. Wasserfest, kaum abfärben, resistent gegen Hitze und Feuchtigkeit. Steht nichts mehr drin. Das ist schon verrückt. Also, ich muss sagen, dass mir diese Seite hier ein bisschen besser gefällt, weil sie fokussierter mit Bräune ist. Das ist auch schön und sehr, sehr zart. Die Textur sieht sehr, sehr zart aus, ne? Ihr seht, dass der ist gar nicht so matt, wie sie ihn beschreiben, sondern ich finde, der hat so einen leichten Glow auf jeden Fall mit drin. Aber so einen zarten Glow. Also, ich habe jetzt mal den Bronzer wirklich überall auf der Stirn verteilt. Und ich muss sagen, er ist extrem schön. Ich finde, dass er hier immer noch so ein bisschen feuchter aussieht. So, als hätte ich ihn noch nicht mit Puder fixiert. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, welche Seite euch besser gefällt. Seht ihr überhaupt einen Unterschied? Ich arbeite mir den jetzt mal hier nur so ganz leicht in den Hals mit ein, dass ich hier einfach so ein bisschen gebräunter bin. Farblich, egal, unabhängig von diesem Heck jetzt, ne? Ich weiß, dass viele von euch werden sich das wahrscheinlich nicht trauen, weil ihr Angst habt, dass das irgendwie den Bronzer kaputt macht oder das Produkt kaputt macht. Ich muss aber sagen, also die Textur auf der Haut ist sehr, sehr schön auf beiden Seiten. Ich weiß halt nicht, ob dieser extra Step gerade so viel Sinn macht. Wobei ich sagen muss, es sieht sehr, sehr schön aus. Aber auf beiden Seiten. Ich bin so verwirrt. Ich nehme jetzt mal einen geheimen Blushton und tupfe mir den hier einfach rauf. Und ich bin schockt, dass ich gerade immer noch kein Concealer und kein Puder benutzt habe. Und dass es trotzdem so schön ist. Ich gehe jetzt gleich mit dem restlichen Blush hier über meine Stirn und über die Nase. Ne. Wisst ihr was? Ich habe bis auf diesen Bronzer jetzt kein Puder benutzt. Und meine Haut sieht tatsächlich aus, als wäre sie einfach an den Stellen nur gebräunt. Und ich weiß nicht, wie die Textur... Also die fühlt sich ja auch so schon extrem weich an. Ich finde, dass meine Haut aber noch mal so ein bisschen weich gezeichnet hat, oder? Seht ihr das? Und ich finde halt nicht, dass das einen Unterschied... Also ich finde halt, dass es einen großen Unterschied zu diesem Foundation Puder macht. Das hatten wir auch getestet. Und das sah jetzt nicht so schön aus. Ich gehe jetzt mit so ein ganz kleines bisschen Concealer nochmal unter meine Augen, um es hier im Fokus ein bisschen heller zu machen. Ein bisschen Puder. Die Augenbrauen. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht. Das Make-up ist fertig und es sieht phänomenal aus, die Base. Also die Textur des Bronzers perfekt. Die Farbe des Bronzers perfekt. Und ich muss auch sagen, in der feuchten Version hat er natürlich noch ein bisschen mehr Bums und wird an der Stelle ein bisschen kühler. Ich bin mal gespannt. Ich blende euch jetzt hier mal ein Bild an, wie der morgen aussieht, wenn das getrocknet ist. Ich lasse ihn jetzt auch mal offen, ob es einen großen Unterschied macht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass L'Oreal... Nee, kann ich gar nicht sagen. Das sieht einfach schön aus. Unabhängig davon, ob feucht oder nass. Und der Bronzer ist eine große, große Empfehlung, wenn ihr die Farbe Teddy von Fenty habt beispielsweise und die Textur von... Oder das Finish von Cream-Bronzern mögt, aber Angst habt, mit Cream-Bronzern umzugehen. Was für ein Satz. Er sieht aber auch nicht glitzernd aus. Und das ist genauso das Ding, was viele von euch vielleicht schön finden werden, wenn sie sagen, okay, ihr mögt ein glowy, dewy Make-up. Ihr mögt es, wenn es frisch aussieht. Ihr mögt es, wenn ihr vielleicht etwas reifere Haut habt. Und diese puderige Textur nicht mögt, dann könnte das wirklich was für euch sein. Weil die Haut, ihr seht es, ne? Es reflektiert alles, aber es sieht nicht speckig aus. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, er ist nur 10 von 10. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Video so ein bisschen kontrovers gehandelt wird in den Kommentaren. Da bin ich sehr gespannt. Fazit von mir. Mega-Bronzer. Ist das Ding mit dem Wasser wahrscheinlich nur so ein Click-Ding gewesen? Vermutlich. Hat es funktioniert? Ja. Würde ich es empfehlen. Ihr braucht es nicht zu tun. Er sieht auf der matten Seite auch wunderschön aus. Ich glaube sogar fast noch ein bisschen natürlicher. Je nachdem, was ihr wollt, könnt ihr damit vieles machen. Er, ja, ich sehe schon, er zieht die Feuchtigkeit weg, ne? Er trocknet dann, er ist wasserabweisend. Und das Make-up fühlt sich auch ohne Puder extrem gut an. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und kleine Erinnerung, schaut unbedingt bei Foreo und Puffer Dreams vorbei. Dort findet ihr den Espaner. Ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Freunde, es hat meine Haut geändert. Und wenn ihr wirklich Probleme mit unreiner Haut habt, probiert ihn aus. Ihr werdet das lieben. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich bedanke mich und würde vorschlagen, wir sehen uns hier am Mittwoch wieder. Und wenn alles gut geht, mit einem krassen Drogerie-Dube. Tschüss.